Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. So, mal wieder das gleiche mit Sacrifice, oder? Ja, wir haben drei, vier Max, das wird witzig. Alle mit kurzer Frisur. Schön. Das wohnt mich aber, dass der eine gerade eben nicht noch wenigstens Danke gesagt hat. Ich glaube, ich hänge demnächst alle auf im Keller. Ich habe ihm immerhin 5000 Punkte geschenkt, ja? Sogar plus 200.000, mindestens mehr, oder 1550. Weil, wenn man durch die Hedge entkommt, kriegt man ja noch nochmal Zusatzpunkte, weil man die Hedge genommen hat, ne? Fand ich jetzt irgendwie nicht so nett von ihm. Naja, aber das ist halt heutzutage so. Keiner kann mir Danke sagen, bitte, und sonst was. Es ist normal. Kannst ja froh sein, wenn du dich blöder angekeift wirst, weil du was falsch gemacht hast, oder so. Aus Versehen aber natürlich falsch gemacht hast. Heutzutage wird immer direkt rumgekeift, und öh, und öh, und wie blöd bist du, und öh, ich hätte das erlassen. Ich bin besser gemacht, ich bin besser besser, ich hab viel mehr Skills als du. Naja. Finde ich schon ein bisschen schade. Mach dir nur Haken. Habt ihr also überhaupt Sabotage-Perk dabei? Okay, seid zu viert an einem Generator. Ich bin besser. Danke. Das ist ein Haken. Direkt neben den Generator, den ihr machen wolltet. Ich falle auf den Trick nicht rein. Naja, ich weiß, was ihr vorhabt. Schon gedisconnected, ernsthaft? Alter! Die Jugend von heute. Was wird das? Ich will keine Farmrunde machen mit euch. Ich will ganz normal spielen. Wenn da eine disconnectet, kann ich da nix für. Doch. Ich bin kein Vater. Ich bin kein Vater. Na guck mal, da unten ist direkt der Keller, willst du da nicht rein? Ja, das ist nicht so, dass du da nicht rein. Alter, sind die ernsthaft so scheiße, oder? Die sind nicht so schlecht, oder? Ich war gerade im Boden gesteckt, ne? Uterus! Oh ja, schön, Uterus. Hängst du jetzt gleich, genau. Da hast du gleich einen schönen, schönen, großen Haken hast du da drin in dem Uterus. Freust du dich drauf, ne? Ja, manche mögen es halt ein bisschen härter, wa? Du bist auch einer davon. Guck mal, ob die dich retten kommen. Uterus kommt jetzt an den Haken. Wenn ihr meint, ihr müsst mit mir Scheiße spielen, spiel ich auch Scheiße mit euch. Ach, willst du jetzt an den Haken? Macht er ein bisschen Hakentausch? Ja, er macht bestimmt nicht nur Hakentausch. Hakentausch, Partnertausch, Hakentausch. Ach, da ist das gleiche, oder? Ich meine, alles kommt in den Uterus, ne? Oder nicht? Ja, bin ich auch der Meinung. Eilis kommt in den Uterus. Wenn ihr so eine Scheiße macht, dann seid ihr selber schuld. Tja, Uterus ist jetzt ernsthaft. Ernsthaft. So, und wenn die andere jetzt da rausgehangen wird, häng ich dich rauf. Wo ist eine Uterus? Macht die eigentlich noch was? Oder hängt die nur ab? Ist ja alles zu risky jetzt, ne? Ja. 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 Und? Komm, wohl keiner mehr zur Rettung, wa? Wo ist denn der Uterus hin? Nein. Hat der Uterus etwa die Hedge gefunden? Ja, der Uterus hat die... Ach, doch noch nicht. Was? Also Uterus. Also ich bitte dich, bitte. Ja. Tja, Uterus, jetzt muss ich dich noch einmal anhippen. Oh, dann hängst du. Oh, dann hängst du. Hm, da vorne läuft sie. Wir müssen mal ein bisschen gechased werden, ja? Was? Was war das bitteschön? Was? Uterus. Es tut mir leid. Du warst gerade eben so frech. Ja, jetzt hat sie mich abgelenkt. Gut, wo sind die Türen? Da vorne. Mhm. Mhm. Gerade noch rausgekommen. Ja, ja, ja. Naja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.